Sagst du jetzt noch was oder? Nein, okay, gut. Entweder hat sie nur eine Freundin oder, was auch sein könnte, da ist irgendwo was... Alter, warum leckt denn das auf einmal so? Da ist irgendwo was, was wir nicht wissen dürfen. Oder was man nicht wissen sollte. Ja, da wird irgendwo was sein.